Musik Wir sind mitten in den Proben für die Eröffnungskonzerte des diesjährigen Allegro Vivo Festivals mit der wunderbaren Academia Allegro Vivo. Musik Es wird die Kreuzersonate von Beethoven in einer neuen Fassung geben und Roland Barticks Divertimento für Violine, Klavier und Streicher. Musik Und erstmals übertragen wir unser Eröffnungskonzert auch per Stream ins Internet, über Facebook und unsere Webseite. Seien Sie also live dabei am kommenden Sonntag, dem 9. August um 16 Uhr. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020